Moin moin, liebe Freunde und willkommen zurück zu Yoshi's Wally World Part 18 mit dem guten Klo-Suke. Hallo, meine lieben Mongols. Wir haben es geschafft. Wir haben uns zur letzten Welt vorgekämpft. Für uns die letzte Welt, weil ich glaube, die Bonus-Welten schaffen wir nicht mehr. Leider. Ja. Denn die müssten wir erst freischalten und das würde zu lange dauern. Wir haben nur noch wenige Stunden, bis ich mich hinlegen muss zum Schlafen. Oha, sieht ja schon böse aus hier. Wollen wir uns das hier erstmal angucken? Ja, lauf mal ein bisschen rum. Sieht übel aus. Und hier geht es dann abwärts zu Bowser. Oh Mann. Wie der wohl in Volle aussehen wird? Das wird ein epik Moment. Das wird richtig epik. Ja. So, bereit? Ja, fangen wir an. Gucken wir hinein. Was erwartet uns hier? Im Netz der Schmatzspinnen. Oh, Spinnen. Das klingt nicht witzig. Hui, Spinne. Ich hasse Spinnen. Ja, Eismelone hast recht gehabt. Oh. Bereit? Ja. Jetzt wird's gruselig. Schmatz Spinnen. Ich hasse Spinnen. Pui, Spinne hat sogar jemand geschrieben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Yoshi. Oh, so richtig gruselig. Ah, okay. Achso, da kann man hochklettern. Ah. Im Netz der Spinne. Aber bei den Spinnen, die seht eigentlich ganz niedlich aus. Die sind ja auch aus Wolle. Genau. Wolle, Wolle, Wolle. Oh Gott, sehen die süß aus. Armer Shy Guy. Hat der gerade ein Herz sogar im Kopf gehabt? Oh, ich hab dich ausgeschissen. Hull dich mal raus. Ach, so. Sorry. Bei Mario würdest du jetzt dafür Leben bekommen. Was? Bei Mario würdest du dir dafür jetzt Leben bekommen dadurch. Dass du nur auf die drauf springst. Weißt du, woran mich diese Melodie so ein bisschen erinnert? Achso, nee. Oder doch? Jawohl. Say goodbye. Wusste ich doch. Blümchen! Da du ja jedes Mal die Blümchen mitnehmen willst. Na super, jetzt bewegt sich das Ding hier auch noch. Ja, zu einer großen Spinne. Ja, okay, die Spinne ist wirklich niedlich. Ja, Mutti, falls du das hier sehen solltest, das ist eine niedliche Spinne. Die find ich sogar plüschig und süß. Deine Mutter mag spinnen. Die macht mir Liebeserklärungen. Ich will auch eine. Hi. Au. Du bist halt nicht so süß und knuddelig wie ich. Ich hab einen Scheiger gefressen. Ah! Ups. Und dich selber ungebracht. Say goodbye. Oh, nice. Ja gut, hat einen Vorteil. Dadurch können wir jetzt die... Doppelsynchron fressen. Sei mal nicht so unhöflich zu ihm hier. Oh, fuck. Oh, perfekt. Ja. Noch haben wir alle Wollknöbeln. Mal gucken, ob wir noch ein weiteres Yoshi bekommen, was man sich... Einen Spinnen-Yoshi kriegen wir bestimmt. Spider-Yoshi. Spider-Yoshi. Man tut das, was ein Spider-Yoshi so tut. Äh, und was ist das? Super süß und knuddelig sein. Und Spinnenwebe. Guck mal. Ein Scheiger ist ein Snitz. Nice Trickshot. Danke. Gib das her. Da wird mir ja richtig schlecht bei. Ups. Jetzt komm ich auch gegen mein Mikro. Doin. 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 Das ist schon eher meine Welt. Ah. Vergiss mich nicht. Ups. Okay, die Kamer... Wir müssen auf die schießen. Oh. Oh. Warte. 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 Okay. Let's die Lines. Vielleicht kriegen wir doch mal wieder 100%. Wenigstens bei einem Level. Äh. Doin. Ah. Pui. Spinne. Geh weg. Da links. Ich komm nicht ran. Ich bin zu klein. Da ist aber was. Du schaffst es gut. Da ist gar nichts mehr. Da ist ja gar nichts. Wie langweilig. Wuh. Wuh. Gehst du mal da weg? Fui. Bitte. Danke. Nein. Das war nicht mein Plan. Er mag mich nicht mehr. Das war wirklich nicht mein Plan. Ja, ja, ja. Gibst du. Du bist doch nur eifersüchtig, weil ich mit der Spinne gekuschelt habe und nicht mit dir. Dir. Ich fühle mich aber auch gerade wie so ein Spider-Yoshi, ey. Okay. Moment, da oben ist was. Echt? Na, ob das klappt? Nee, ich glaub nicht. Ich wollte sagen, lass das lieber. Und ob hier auch noch was ist? Nö. Dann gucken wir mal, was sich hier drin befindet. Oh. Also, hier möchte ich aber kein Netz spannen wollen. Die wollen uns alle küssen. Au. Was hast du mit Absicht gemacht? Was? Nicht in die Spinne reingeschubst. Die wollte auch mal einen Goose der wahren Liebe von dir haben. Ey. Ähm. Hättest du die Güte, mich... Nein, 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 nein. Au. Damit dein Kopf mal wieder gerade funktioniert. Funktioniert doch gerade. Hm. Äh. Au. Ha. Secret. Du, 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 du. Ha. Moment, hab ich dir... Autsch. Oh. Äh. Moment. Oh, das ist tricky then. Puh. Das war skill, Leute. Das war skill. Ist auch hier tricky. Warte, 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 warte. Lass mal ein bisschen gucken. Geht's... Ah, okay. Hier geht's wirklich lang. Kommst du dran? Ah, du bist so gemein. Entschuldigung, ich wollte eigentlich die Spinnik totschießen. Bin fast tot. Du weißt doch, dass du die nicht totschießen kannst. Nein. Ich bin ein fliegendes Ei. Ah, ich bin gleich ein totes Ei, Yoshi. Lass mich doch rum. Du lebst, komm. Ei, 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 ei. Ob das noch gut geht mit uns Chaoten hier? Ich rette dich. Oh. Links ist bestimmt was. Scheiße, du hast keine Munition, ne? Jetzt aber. Jetzt hast du. Oh, Moment. Das sieht doch verdächtig nach einem Secret aus. Aha. Gefunden. Ah, halt. Da ist noch was. Alter, noch kleiner geht's nicht, oder? Gut, schon soll's lang. Dann gehen wir hier lang. Hoffentlich haben wir jetzt nichts übersehen. Okay. Wir haben alle Blümchen. Hui. Uh. Hui. Du vergess mich nicht. Ich hab Angst. Uh. Du lebst doch noch. Meinst du, da hinten ist vielleicht ein Stempel drin? Irgendwo alles einsammeln besser, oder? Wollt's sagen. Nein. Shit. Ja, ja. Er flitscht. Ich will wenigstens bei einem Level mal wieder alles haben. Wir schaffen das. Wir sind coole Yoshis. Wir sind die Besten. Ah, das hier oben sieht aber auch ein bisschen verdächtig aus, ne? Nee, da kommst du nicht weiter hoch. Und? Wenn ich eins bei Yoshi Island gelernt habe damals, dann ist es ein Simplatterflug. Komm runter. Ich hab schon alles. Okay. Mit gebrochenen Herzen. Aber wir haben's geschafft. Aber wir haben die Items. Glaub ich. Oh, Doppelbonus. Wie siehst du das? Wir haben beide ein Blümchen erwischt. Wir haben jetzt ein Doppelbonus. Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben's geschafft. Zwar mit gebrochenen Herzen, aber immerhin. Oh, yeah. Alle Blümchen. Und wir kriegen hoffentlich ein neues Yoshi. Ja. Oh, yeah. Guck mal, wir haben das Doppelbonus. Doppelbonus haben wir zwar noch nicht alle, aber... Naja, aber wir kriegen ein neues Yoshi-Li. Bonus! Bonus! Oh, yeah. Was ist denn dieses Spiel? Drecksack. Na, spuck mich aus. Komm her. Na, hörst du wohl auf mich? Lass mich unten. Du Drecksack. Juhu. Geschaffhaft. Pui, Spinne. Ja, wortwörtlich. Hast du das gesehen? Ich finde immer nur 18 Stempel. Hat jemand eine Ahnung, wo noch welche sind? Keine Ahnung. Nö. Wir sind einfach jetzt nur durchgerusht. Ja. Ei, 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 ei. Oh, yeah. Kein Spinnen-Yoshi bestimmt. Abendmüll-Yoshi. Kein Spinnen-Yoshi? Wow. Okay. Was kommt jetzt? Okay. Sieht nicht sehr einladend aus. Schnapp-Näht-Gebirge? 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 Nicht schnäht. Wollen wir? Oh, ja. Let's go! Ohne Trickstecker. Wer braucht die schon? Wir im letzten Level. Beim Eis-Level. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir die brauchen. Wir werden ja sehen. Oh, ja. Oh, ich hab die Melodie gerade irgendwie vermisst. Was ist das? Guck mal, der lässt die Zunge raushängen. Oh, okay. Ich hab's noch mal geschafft. Okay, wahrscheinlich deswegen Schnapp-Näht. Oh, nein. Oh, sorry. So, weg mit dir. Ich hab ihn doch nicht mehr getötet. Ich hab ihn jetzt noch runtergeholt. Ja, ja. Das sagen sie alle. Say goodbye. So, jetzt hab ich meine Rache bekommen. gib mir die kanonenkugel dann komm ich halt du her wenn du halt nicht willst holst du dir das ey was bist du denn für ein freak spuckt er mich einfach weg ja besser als wenn ich dich nach da gespuckt hätte dann wärst du weg so jetzt aber gefangen au na toll kommst du mal bitte runter zu mir vielleicht fliege ich doch noch ein bisschen hier oben rum ich falle ich falle ich falle Wer auch immer im Weg sein muss, schießt ihn ab. Wir sind nicht so klasse, wir sind großartig. Entschuldigung, da ist das Ei. Wir haben, glaube ich, den Weg nicht genommen. Check the point. Ich nehme den unseren. Lecker, 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 schmecker. Ja, vorsichtig, sehr schön. Immer her mit den Pännchen. Wow, nicht abstürzen. Warum nimmst du mir das weg? Das hätte mich auch retten können. Wer? Nein, unterstehe ich. Das will ich ja auch nicht. Ich wollte nur das Leben retten. Komm, du hattest doch wohl wirklich den Gedanken, mich hier runter zu schießen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Genau, komm her. Erst fressen wir uns satt und dann machen wir weiter. Lecker, lecker, schmatzofatze. Und all you can eat buffet aus Kugelbill ist lecker. Ey. Okay, jetzt hab ich die Schnauze voll von euch. Lecker, lecker, le... So, ich hab genügend. Weg mit hier. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ihr seid so gemein zu mir. Und mein kleiner Yoshi-Bruder hier. Lecker, köstlich. Du hast mir aber auch grad nicht so ganz über den Weg getraut, ne? Nee. Ich muss ja zugeben, die Verführung war groß. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Moment, da geht's ja hoch, ne? Aha. Dann will ich auch wissen, was da oben ist. So, alle gefesselt und geknebelt und... Was ist echt noch alles? Ah, ein Blümchen ist hier. Und hier gibt's noch mal Munition. Dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Oha. Oh. Toll. Warte, sag ich mal, gib mir mal Starthilfe. Ja, ja. Noch ein bisschen. So, sehr schön. Nix, die weg hier. Warte, hier ist noch was, oder? Nee. Da geht's nicht weiter. Okay. Oh. Das hat sehr viel gebracht. Nochmal. Nee, dann warte eben. Du-dö-dö-dö. Du-dö-dö-dö-dö-dö. Irgendwie will das Ganze nicht um die Dumm. Dumm, dumm, dumm. Warte mal. Dankeschön. Yeah. Kombo. Oh, yeah. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal Hühnchen. Wolle! Ja gut, wir haben ja sowieso die meisten wieder verpasst. Ja, anscheinend. Nee, hier ist uninteressant. So. Halt die Klappe. Oh. Ach so. Ah, okay. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Kugel Willi zum Frühstück. So. Was ist da drin? Herzlichen Punkte, das ist gut. Diese Musik ist so toll. Lecker. Scheiß, Kugel Willi. So, wir haben einen. Ja gut. Scheiße. Scheiße. Jetzt komme ich da nicht hoch. Das finde ich nicht so toll. Ich sage mir. Klu. Merkst du eigentlich, wie intelligent wir gerade... Aua, sind? Ja, das sind wir sehr. Okay, pass auf. Warum machst du das jedes Mal? Eigentlich wollte ich dir nur helfen. Wir sind sehr intelligent, auf jeden Fall gerade. Irgendwie wird das gerade hier nichts, ne? Okay, wir hätten es gleich so machen sollen. Ja. Aber Moment. Trotzdem mal gucken, ob das Secret ist. Ich habe wieder ein gebrochenes Herz an der Kugel Willi. Ich habe mich so graus abzunehmen, aber... Was? Schäme ich? Ich bin... Du Sack. Da lässt er mich da einfach eiskalt alleine. Den kannst du... Ja, der Versuch war echt gut, aber es hat nicht geklappt. Er ist so gemein zu mir. Was trägst du wieder? Ich glaube, das Level hat ganz schön Zeit gefressen, oder? Können wir noch eins zu reinnehmen? Nee, ich glaube nicht. Er ist mein Bonus! Ey! Das gibt es doch wohl nicht. Komm her! Na, spuckst du mich wohl aus? Nein! Du wirst mich nicht als Munition verwenden! Nein! Dieser Schummler! Das ist doch wohl nicht dein Ernst! Oh yeah! Nice! Nice, Mario! Luigi! Mario! Stopp! Falsches Spiel! Oh ja, stimmt! Der Livestream, der kommt ja noch auf YouTube vor. Ja, wird auch noch hochgeladen. Oder zu diesem Zeitpunkt könnte es sein, dass er schon längst hochgeladen ist. Das könnte natürlich auch sein. Hängt natürlich davon ab, wie lange Clou braucht, um das Video vorzubereiten. Bei Pokémon warte ich schon seit zwei Monaten auf einen neuen Part. Ja, es kommt noch. Ja, ja, ja. Na gut. Meine lieben Mongos, das war es erstmal von diesem Part. Ja, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und dann erkunden wir weiter dieses gruselige Areal hier. Also, ciao ciao, euer Drake und euer Clou. Yo! Yoshi! Willkommen, unsere lieben Zuschauer, auf der Endcard! Woohoo! Yay! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da, damit ihr kein Video mehr verpasst. Yoshi, Yoshi! Und wenn ihr die Infobox aufklappt, findet ihr mal auf welchem Kanal ihr euch dieses Video anschaut, findet ihr auch den Kanal des jeweils anderen. Ist das nicht cool? Ja! Das ist so vollig! Woohoo! Klasse! Yoshi! Yo! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss mit Yoshi Power! Yoshi! Yay! 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 Yay!